Oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott, warum ist alles so rasch? 터in pursue ich seh nichts ich seh nicht so ich bin im wasser gelandet ich bin im wasser gelandet er ist weg! er ist weg! oh mein gott барfer wo bist du? ist der erst weg, ist der N四ern? oh mein gott warum ist alles hier alles loanche bei mir ist alles lo Kolyss oh mein gott, da oben bist du o o o flo da hast die dings die kiste oh mein gott Bitte nicht. Äh, Kiste? Oh mein Gott. Kannst du fliegen, Roman? Doch, ich kann ein bisschen fliegen. Mit meiner Elytra wahrscheinlich halt noch ein bisschen. Ich hab aber noch ein paar Flügel dabei, aber ich trau mich gerade nicht zu fliegen, um ehrlich zu sein. Loll, was macht die Kiste da oben? Roman, Roman. Kiste. Komm, Leia. Was ist los? Siehst du das, Roman? Warte mal, wo bist du? Du bist auf meinem Garten. Auf der Kiste ist jemand. Warte mal. Warte mal, ich komm kurz ein Stockwerk hoch. Warte mal, bleib bitte ganz ruhig, okay? Schau zu, dass du irgendwie... Oh mein Gott, du baust dich mit Imitation Bedrock? Okay. Guck mal, guck mal, guck mal. Da ist jemand. Da ist jemand. Oh mein Gott, warte mal, ich zieh kurz meine Flügel an. Ich muss das auch sehen. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Flo. Oh mein Gott. Flo, das ist Helmut. Das ist Helmut. Oh mein Gott. Was? Das ist euer Ende. Helmut? Helmut. Nein. Nein, warum? Das ist euer Ende. Oh, oh. Die Kiste spricht nach. Die Kiste spricht nach. Oh mein Gott, er steuert jemanden. Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Oh mein Gott, Flo. Ich bin so aufgeschmissen. Ich weiß nicht, was... Möge diese Kiste euch ein für allemal vernichten. Nein. Oh, man hat der die... Oh, die steuert ihn. Bitte nicht. Bitte. Wir... Wir können das gut lösen. Oh mein, Helmut ist so mies. Wir müssen nicht streiten. Finstere Magie hat sich gelohnt. Finstere Magie hat sich gelohnt. Oh mein Gott, Flo. Wir müssen gar nicht mehr vorlesen. Die Kiste liest schon vor. Alter, Roman, ich glaube, der ist eins. Flo, Flo, da ist ein Stab über der Kiste. Die hat einen goldenen Stab. Oh mein Gott, nein. Oh nein. Oh mein Gott. Flo, die Kiste hat dich getötet. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, mein Haus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte. Bitte. Bitte nicht. Oh mein Gott, wo schießt die hin? Oh mein Gott, mein Haus. Junge, die Blöcke verschieben sich. Bitte nicht. Oh mein Gott, sie lädt wieder auf. Oh mein Gott, der nicht geschossen. Ich habe mein Buch. Was sagt er? Flo, unser Dorf wird zerstört. Oh mein Gott. Nein, bitte nicht. Der macht unser Dorf kaputt. Vorbei, Junge. Vorbei. Vorbei. Ich habe mein Buch gefälscht. Ich wusste, ihr würdet es lesen und glauben. Oh mein Gott. Nein. Das hast du nicht gemacht. Bitte. Oh mein Gott. Er macht weiter kaputt. Er macht einfach weiter kaputt. Es bockt ihn aber nicht. Junge, Junge. Aber Hauptsache, dein Haus bleibt verschont. Oh mein Gott. Alter, Roman. Was ist das für ein mieser Typ? Oh mein Gott, ich muss die Potato retten. Töten, Roman. Wie soll ich denn den töten? Warte mal. Okay, gut. Ich fliege hoch. Schieße die Kiste ab. Oh mein Gott. Alter Vater. Junge, Junge, Junge. Ich schieße die Kiste ab. Ich habe Bogen. Oh mein Gott. Die Kiste hat mich getötet. Oh mein Gott. Ich habe keine Chance. Ich werde die ganze Zeit immer getötet. Komm her. Oh mein Gott. Warte. Ich kann mit Elytra. Oh Gott. Oh Gott. Danke, Flo. Warte mal. Ich muss meine nächsten Flügel anziehen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das safe wäre. Oh mein Gott. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das safe ist, Mann. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich da richtig drauf reagiere. Oh mein Gott. Sind die riesige. Sie schießt schon wieder. Pass auf. Pass auf. Lauf einfach weg. Lauf einfach weg. Lauf. Oh mein Gott. Ist das krank, Flo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schon wieder gestorben. Komm her. Komm her. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin wieder gestorben. Warte. Warte. Nein, Flo. Nicht teleportieren. Ich habe eine Elytra. Oh Gott. Oh Gott. Läuft, Flo. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Flo. Sag den Plan. Auf geht's. Warte mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Ich habe mit dir. Bitte. 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 Aufhören. Ich weiß gar nicht. Auf weg. Da kommt ein Schuss. Da kommt ein Schuss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt der Schuss. Tatsache. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist überhaupt nicht safe, Mann. Hier ist alles kaputt. Dein Friseur ist kaputt. Alles ist kaputt. Junge, die Wege sind kaputt. Die schießt dir alles ab. Komm her. Komm her. Komm her. Ich habe mit dir. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Oh mein Gott. Übrigens. Das Schwein war Spion. Ich habe es selbst mechanisch konstruiert. Flo. Wo bist du denn? Hast du mir die ganze Nacht vorhin? Ich bin hier. Ich bin hier. Oh mein Gott. Bei mir lagt alles. Übrigens. Das Schwein war Spion. Ich habe es selbst mechanisch konstruiert. Oh mein Gott. Ich sehe dich nicht. Mann. Bei mir backt alles. Ich kann mich nicht bewegen, weil hier alles kaputt ist. Mann. Hör auf mich mit Granaten abzuschießen. Oh mein Gott. Ist ja okay. Du kannst hochfliegen. Du kannst hochfliegen. Nein. Ich kann nicht hochfliegen. Oder? Kann ich hochfliegen? Ich weiß es nicht. Ich bin richtig. Wir können den Ultrajump machen. Oh mein Gott. Wohin sollen wir den Ultrajump machen? Das ist das Ende für euch. Oh mein Gott. Du wurdest blowed up bei Kendrick und Kate. Ist das die Granate? Das Dirt? Oh mein Gott. Du wurdest einfach von einem Dirt gesprungen. Warte mal. Oh mein Gott. Die macht schon den nächsten Schuss. Was? Ich kann es mit dem Bogen draufschießen? Oh mein Gott. Immer wenn sie schießt, habe ich voll die Legspikes. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Niemand kann diese besessene Trude wieder zurückholen. Oh mein Gott. Bitte nicht. Oh mein Gott. Oh lol. Ey, der kontrolliert diese Truhe. Komm, 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 komm. Wir sind safe. Ich glaube, wir sind safe. Unter dem Koppelding. Siehst du, wo wir sind? Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Der kann da, glaube ich, gar nicht hinschießen. Ich glaube, ihr habt noch ultra wenig AP. Oh mein Gott. Schieß einfach weiter drauf. Schieß einfach die ganze Zeit weiter drauf. Oh mein Gott. Flo, das ist so blöd. Oh mein Gott wird mein, dieser Welt wird meine sein. Oh mein Gott. Flo, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so funktioniert. 2 AP. Oh mein Gott. Er schießt auf mich. Er schießt auf mich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Oh nein, mein Schutzschild ist weg. Was habt ihr getan, ihr Noobs? Oh mein Gott. Flo, ich hab ne Idee. Mein Schutzschild ist weg. Was habt ihr getan, ihr Noobs? Flo, ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich kann. Warte, warte, warte. Bitte sag mich. Ich hab hier Granaten. Ich hab hier Granaten. Flo, ich hab 37 Stück in der Kiste. Oh mein Gott. Ich schmeiß Granaten. Ich schmeiß Granaten. Bitte, bitte funktionier. Was hast du geschafft? Oh mein Gott. Es hat so simpel. Lol, Flo. Hast du es gemacht? Junge, hier ist nur noch die Seele über uns geblieben. Goldi, bist du fertig mit Spielen? Was? Das Abendessen ist fertig. Oh mein Gott. Was ist da? Flo. Oh mein. Ähm. Oh mein Gott, Flo. Wir haben, glaube ich, ein kleines Problem. Was? Flo, da ist ne riesige Mutterkiste. Goldi, du antwortest ja gar nicht. Komm jetzt, sonst werde ich wütend. Oh mein Gott, Flo. Wir haben gerade eben... Goldi, du sollst jetzt kommen. Oh mein Gott. Flo. Warte, ich kann nicht fliegen. Ich kann nicht fliegen. Kannst du mich hier gehören? Flo, Flo. Ja, ja. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Ähm, 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 ähm. Tepä dich. Tepä dich. Egal, warte. Nee, nee, nee. Ich hab das. Ich hab das. Ich baue mich hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Flo. Ähm, ähm, wie soll ich... Ich sag es nicht noch einmal. Das ist die Mutter von der Kiste? Junge, das ist die Mutter von der Kiste. Das ist die Mutter von der Kiste. Darf ich kurz zusammenfassen? Die Kiste. Warte, normale Kiste? Helmut hat die irgendwie besessen. Der hat die irgendwie kontrolliert. Und jetzt ist die Kiste... Ähm. Jetzt haben wir sie getötet, Flo. Wir haben ihr Kind getötet. Was sollen wir der jetzt sagen? Papa-Kiste wird nicht erfreut sein, wenn du zu spät bist. Die große Kiste ist echt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist die Mutter. Sag auf Wiedersehen zu deinen Freunden. Oh mein Gott, Flo. Ich habe irgendwie das Gefühl... Was? Goldi, was ist mit dir passiert? Oh oh. Sie findet's langsam raus. Sie findet's langsam raus. Ihr Volltrottel, was soll das? Ihr werdet den Zorn einer wütenden Mutter spüren. Oh mein Gott, ich schmeiß sie mit Granaten ab. Ich schmeiß Granaten. Ich schmeiß Granaten. Aber Flo, das... Granaten helfen bei ihr nicht. Oh mein Gott, ich hab Pulver. Ich hab Pulver. Ich hab Pulver. Ich hab... Oh, oh. Ich esse einen Goldapfel. Ich esse einen Goldapfel. Ich hab Gift und Pulver. Gift und Pulver. Alter, Roman, die ist böse. Oh mein Gott, Flo. Warte mal. Ich geh jetzt hier erstmal runter. Ihr V-O-L-L-I-D-I-O-T-E-N. Ich werde euch beendet. Kann ihr Volltrottel? Was soll das? Alter, Roman, die bin leidigst. Ihr werdet den Zorn einer wütenden Mutter spüren. Roman, ich weiß jetzt von wem die andere Kiste das gelernt hat. Oh mein Gott, nicht die Flügel benutzen. Nicht die Flügel, Roman. Oh mein Gott, stimmt allerdings. Die entzieht dir das. Oh mein Gott, warte, warte, warte. Ich bin darauf L-E-R-G-I-S-C-H. Warte mal, Flo. Ich hab ne Idee. Flo, das ist zwar subspekt, aber ich denke, das funktioniert. Komm mit. Nein, was soll das? Nein, nein, nein. Ich hasse euch, ihr miesen... Abschließen, abschließen, abschließen. Oh mein Gott, ich hab keine Flügel mehr. Hier ist was, guck mal. Oh mein Gott, Flo. Es funktioniert. Wie hast du das hinbekommen? Einfach draufgeschossen. Oh mein Gott, sie geht langsam kaputt. Oh mein... Da unten ist ein grüner Kern. Was macht der grüne Kern, Flo? Ich glaub, das ist ein echte Kern. Roman, das explodiert weiterhin. Oh mein Gott, Flo, hast du Flügel dabei? Ich hab, glaube ich, keine Flügel. Ich glaub, ich weiß, wo ich noch Flügel hab, um mir das besser angucken zu können. Oh mein Gott, die geht langsam kaputt. Ist das genial? Komm her, das ist übelst cool. Du musst dir das ansehen. Warte, 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 warte. Ich glaub, ich hab hier irgendwo Flügel. Ja, ja, ich hab... Die Welt ist sowas von matschig. Oh mein Gott, wir haben's da jetzt... Keine... Doch, ich hab Flügel. Ich hab... Ich schau mir das gerade an, Flo. Oh mein... Oh mein Gott, die Kiste explodiert einfach. Alter, was haben wir getan? Was ist das? Wie haben wir das hinbekommen, Flo? Oh mein Gott. Alter, siehst du aus, Alter, das hört gar nicht auf. Wa... Flo? Die Welt hat mir grad gewispert. Euer Schicksal, es ruft. Doch, euer Schicksal, es ruft. Hast du das auch bekommen? Roman, ich glaube, das ist der... Roman, ich glaub, das ist der Weltuntergang. Oh mein Gott, Flo. Doch, guck mal, guck mal. Roman, guck mein Haus an. Guck mein Haus an. Oh mein... Was ist mit deinem Haus? Wir stören alles. Oh mein Gott, Junge, das ist... Was? Was ist das? Wo sind wir? Wo sind wir? Hallo? Oh mein Gott. Hallo? Wo sind wir, Flo? Alter, meine komplette Rüstung ist kaputt, Roman. Ha... Hallo? Äh... Wir... Flo, wer hat uns teleportiert? Warum sind die... Ich weiß nicht, anscheinend diese Welt oder wer das auch immer ist. Warum? Warum sind wir hier? Oh mein Gott. Was ist das da unten? Oh mein Gott. Ich würde mal sagen, du gehst aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Chaos so viel... Oh, Flo. Flieg, 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 flieg. Ich will nicht fliegen. Ich will nicht fliegen, Flo. Wo sind wir hier? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, Flo, wo bist du... Oh mein Gott, Flo, Flo, wo bist du hin? Wo bist du hin? Oh mein Gott, da ist Lava in der Mitte. Da ist Lava in der Mitte. Du bist in die Lava reingeflogen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wo sind wir hier, Mann? Ich habe keine Ahnung. Passt lieber auf, Junge. Wo sind wir hier? Komm runter, komm runter. Okay, okay, ich bin ja bei dir. Ich bin ja bei dir. Alter, wo sind wir hier hingebracht worden? Was soll das hier sein? Ist es hier irgendein spezieller Ort? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich weiß es. Was ist das hier, Flo? Oh mein Gott. Warte mal, ich baue mich hier mal ein bisschen durch. Wo wurden wir? Wurden wir von der Welt hier teleportiert? Hä, wo bist du? Ich bin hier gerade eben die Eisentür, die linke. Ich weiß, was wir machen müssen. Was müssen wir machen? Alter, Flo, bist du dir sicher? Alter, Flo, wir haben gerade eben die goldene Kiste. Ja, aber ich will mir auch noch brauben zu machen. Das haben wir so gelernt. Junge, wir haben gerade eben die goldene Kiste getötet, Junge. Die goldene Kiste. Oh mein Gott. Irgendeine komische Mutterkiste. Oh mein Gott. Ja, aber wir haben die... Oh, 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 oh. Oh, oh. Nein, mit der Spitzhacke. TP mich, TP mich schnell. Oh mein Gott, TP mich schnell, bitte. Oh mein Gott. Okay, bin safe, bin safe. Sieht was cooles, guck mal. Oh mein Gott, ja genau, töte sie. Ja, nice das Ding. Oh, lol. Flo, glaubst du, wir müssen in diese komische rote Burg kreien? Kannst du fliegen, Roman? Äh, ja, ich glaube, ich kann fliegen. Ja, ich kann fliegen. Oh mein Gott. Guck dir das von oben an mal. Oh mein Gott. Guck dir das von oben an, die ganze Burg. Warte mal, ich schaue es mir gerade an. Oh, lol. Was ist das für eine Burg? Was ist das hier? Sieht aus wie so eine Kathedrale, Flo. Ich bin dran. Oh mein Gott. Ich bin da auch gerade eben reingegangen und ich habe gerade eben eine Welt sich drehen sehen. Oh mein Gott. Flo, was? Oh, Flo, da ist jemand. Bist du auch dort, wo ich bin? Flo, ich bin gerade in dieses rote Ding reingegangen. Ich kann nicht fliegen, Roman. Flo, TP dich zu mir. TP dich zu mir. TP dich einfach zu mir. Tu es einfach. Warte, Roman. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wo bist du? Oh mein Gott. Ich bin gerade bei einem Mädchen, die Blumen nahe anhat. Äh, äh, hallo? Bist, äh, du die Welt? Flo, warum? Ich spreche gerade mit der Welt. Was? Ja. Sie steht vor mir. Wo bist du? Wo bin ich? Hey, ich sehe dich nicht, Mann. Wo bist du? Oh mein Gott. Flo, du bist, du stehst neben der Welt. Guck mal, das ist die Welt, Junge. Äh. Die sieht voll niedlich aus. Ey. Äh. Wer, wer bist du? All eure Freunde werden euch auf ewig dankbar sein. Was meinst du? Wer, wer, wer bist du? Um, um was geht es hier? Oh mein Gott, Flo. Ähm. Super gruselig. Super gruselig. Ähm. Was bedeutet das hier? Äh. Was machen wir hier? Warum, warum passiert das alles hier? Alter, Roman, das sieht voll cool aus. Guck dir das an. Alter, das sieht wirklich cool aus. Ich hab das schon gehört. Und der Mond. Oh ja, und der Mond, der umkreist die Erde. Guck mal, das sind alles verschiedene Blöcke. Oh mein Gott. Spellstorm, Fusionfall, Wonderwarp. Äh. Und was ist mit Time Rain? Sie hat wahrscheinlich Time Rain vergessen. Äh, warte mal, nee. Time Rain gab's nie. Und Time Rain. Time Rain gab's nie, eigentlich. Oder nee. Aber doch, Time Rain gab's. Guck mal, glaubst du, das ist die Meisterin von allem? Ist das die Welt? Sag mal, bist du... Warte mal, schaut. Jeder dieser Blöcke wurde speziell angefertigt. Lol. Oh. What the fish. Die sehen echt alle anders aus. Und die haben alle verschiedene farbige, komische... Flo, was machst du? Flo, was machst du? Der hier? Flo, 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 Flo. Mach keinen Schrott. Das ist grad richtig wichtig, Mann. Auch der hier. Ähm. Ähm. Und, äh. Dieser Ort ist heilig. Warum? Warum? Was ist denn hier? Mein Kopf tut grad ein bisschen weh. Kollabierst du gleich? Oh mein Gott, wie krass, ey. Ähm. Warum ist dieser Ort heilig? Was ist das hier? Ihr seid die Legende. Die Holzhelden. Ja. Äh. So hat man uns in Time Rain genannt. Äh. Äh. Das sind wir. Oh, ich hab den Mond gekillt. Du hast den Mond gekillt? Ich möcht die Erde killen, Mann. Oh mein Gott. Nein, das ist echt nicht. Das war auf dem Planet. Warte mal. Chill. Das war doch nicht die echte Erde. Das war ein Deko, Junge. Auf dem Mond waren die Aliens. Du hast die grad... Ich hab grad die Aliens gekillt. Oh mein Gott. Und ich hab die Erde getötet. Ich hab wahrscheinlich grad eben Time Rain getötet. Upsli, Upsli. Flo, hier hast du ein paar Pilze. Komm. Gönn dir die Pilze. Hey, die sind nur für Gans. Ja. Okay. Ähm. Und was jetzt? Äh. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Unser Haus wurde kaputt gemacht. Wir haben nichts mehr. Ähm. Normalerweise kommt Alex immer. Äh. Und bringt uns irgendwo hin. 67... Du bist echt 67 Mal gestorben, Flo. Du bist echt 7 Mal... Warte mal. Warte mal. Äh. 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 Player Kills. Ich hab neun Leute getötet. Äh. Wie viel hab ich getötet? Warte mal. Wo steht ein Kill... Äh. Wo steht ein Gestorben? Player... Äh. Ähm. Number of Deaths... 58... Oh mein Gott. Ich bin weniger gestorben als du. Gib 10 kills. Player Kills. Lol. Ihr müsst in Frieden leben. Ähm. Und hier bringt ihr ihn irgendwo... Ja. Äh. Wir müssen in Frieden leben. Aber wie? Bist du dir geschrieben? Ich möchte... Ich möchte euch sehr dankbar sein. Was müssen wir tun? Oh mein Gott. Die ist uns dankbar. Und warum reden wir mit der Welt? Mit der Welt, Flo. Wir haben noch nie mit der Welt geredet. Oh Mann. Hast du das übrigens schon gesehen? Guck... Geh mal mit der Leiter nach unten. Warte mal. Was ist da? Warte. Guck dir das mal an. Oh mein Gott. Warte. Oh lol. Was ist das denn hier? Glaubst du in der Mitte ist ein Portal oder sowas? Ich weiß es nicht. Aber so wie es aussieht... Oh mein Gott, Flo. Wird das der nächste Dimensionssprung sein? Oh mein Gott, Roman. Glaubst du, das ist der nächste Dimensionssprung? Ich glaube, wir kommen ins End. Was schreibt denn die? Was schreibt denn die? Oh mein Gott, Junge. Ich weiß es nicht. Warte mal. Aber die schreibt nicht. Sie schreibt, ihr müsst in Frieden leben. Wie? Sag uns wie. Oh mein Gott. Aber guck mal. Die macht die was. Die macht die was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Ich komme hoch. Komm hoch. Oh Gott. Was ist passiert? Was ist passiert? Was macht sie? Ihr habt die Welt geheilt. Geht hier in der Mitte was aktiviert. Echt jetzt? Was ist da aktiviert? Oh, ich bin in der Mitte. Ich habe Golden Apple. Ich habe Golden Apple. Ich habe Golden Apple. Ist alles okay. Alles safe. Oh mein Gott. Sie geht da dran. Okay. Was ist los? Was macht die? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jedes Ende ist ein neuer Anfang. Alter, Roman. Heißt das, wir haben alles jetzt gerettet? Spellstorm, Timebrand, Wonderwall, Future Ball. Wir haben alles gerettet? Also alles geschafft? Ist es vorbei? Oh mein Gott, Flo. Glaubst du, wir sind fertig mit Wonder Warp? Hä? Heißt das, wir haben alles gerettet? Oh mein Gott, das glaube ich gerade nicht. Was passiert? Sie hat uns die Tür geöffnet. Oh mein Gott, Flo. Da unten ist Bedrock. Ja. Aber was bedeutet das? Denkst du, Roman? Möget ihr in Frieden gehen. Denkst du, wir sollen runtergehen? Ich weiß es nicht. Sollen wir es tun? Ich keine Ahnung. Möget ihr in Frieden gehen, hat sie geschrieben. Und du gehst als erster. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Flo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, ich bin einfach gestorben. Hast du es überlebt? Ich bin im End, Junge. Ich bin im End. Oh mein Gott, Flo. Komm ins End. Spring nochmal. Ich bin im End. Ich bin da, Roman. Flo, hier ist alles grün geworden. Oh mein Gott. Hier ist auf einmal alles grün geworden, Flo. Oh, lol. Hier ist irgendwas. Ey, wo bist du? Ich bin gerade hier. Ey, die ganze... Das Ende hat hier... Au. Roman, komm mal her, komm mal her. Die hat ihr geschrieben. Echt jetzt? Was hat die geschrieben? Möget ihr in Frieden gehen. Ich glaube, die spricht den Namen von allen. Sie hat auch gesagt, wir haben alle gerettet. Jeden, die wir gekannt haben. Alle, die gestorben sind, alles ist gerettet. Und ich glaube... Oh mein Gott. Also auch Tiki Ma und Ursula und was weiß ich, meinst du? Alle, alle sind jetzt, glaube ich, in einem alternativen Universum, wo alle in Frieden zusammen leben. Oh mein Gott. Also gibt es jetzt ein Universum, wo alle in Frieden miteinander leben können? Komm mal, komm mal. Wo bist denn du gerade? Ich bin gerade bei so einer leuchtenden Brücke. Komm zur Wonderwarp-Insel. Wo ist die Wonderwarp-Insel nochmal? Roman, du bist ein Gimp. Warte, ich bin kein Gimp. Sag mal, hier sind... Kann das sein, dass es hier... Ich bin bei der Leuchtenbrücke. Komm mal her. Ich war gerade eben die ganze Zeit bei der Leuchtenbrücke. Ich hab dir gesagt, dass du da eben kommen sollst. Ich hab mich nicht raus, ich brauch einen Wegweiser. Hä? Lol. Okay, ich bin da. Lol. Alter. Guck mal, hier. Hier war das Wonderwarp-Portal. Das ist so. Stimmt. Oh, das ist das richtig zu. Guck mal. Alter, stimmt. Wir hatten nochmal das Wonderwarp-Portal aufgemacht, Mann. Ich weiß es nicht. Dr. Gadget. Alter, Dr. Gadget. Junge, hier ist die leuchtende Brücke. Wir haben so viel erlebt hier. Alter. Oh mein Gott. Hier drin war Vlad. Das weiß ich noch. Oh mein Gott. Wir erleben doch in Frieden. Wir dürfen nichts mehr hier umstellen. Wir dürfen auch nichts mehr. Es ist auch alles grün geworden, Flo. Ja, ich glaub. Ja, das ist geheilt. Weißt du, das war immer. Ich glaub, das war krank vorhin immer. Oh mein Gott. Stimmt. Alle Farben, die hier so hässlich waren, sind jetzt endlich hübsch geworden. Und es sieht alles so richtig aus. Oh mein Gott, Flo. Ich glaub, damit hätten wir alles hier. Oh, guck mal, guck mal. Oh mein Gott, da oben drin war Dings. War... Wer war da noch? Vlad war da drin. Vlad in Sparestorm, Folge 14. Oh mein Gott. Flo, und was machen wir jetzt? Ich glaub, wir haben alles gerettet. Ich mein, die Portale sind alle geschlossen. Ich will mal sagen, wir sind die Retter. Wir haben uns die... Oh nein, oh Mann. Willst du mir sagen, dass wir die... Oh nein. Haben wir die Araflo-Saga geschafft? Au! Oh mein Gott, Flo. Wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen. Wir haben tatsächlich alles geschafft. Wir haben jeden besiegt. Wir haben alles geschafft. Wir haben alles verheilt. Die ganze Infektion ist weg. Stimmt, die ganze lila Infektion. Also willst du mir sagen... Das ganze Ende ist zum ersten Mal richtig. Wir haben alles geheilt. Es ist geschafft. Es ist geschafft. Flo, weißt du, was uns dann jetzt nur noch übrig bleibt? Wir haben die Gegenwart, die Zukunft und die Vergangenheit. Alles und sogar die Alternativen haben wir alles gerettet. Oh mein Gott, Flo. Weißt du, was das heißt? Wir können jetzt endlich alle unsere Items wegschmeißen. Ich glaub, wir haben es wirklich geschafft. Wir können einfach alles wegschmeißen, was wir haben. Wir brauchen gar nichts mehr davon. Und jetzt heißt es für uns wirklich Urlaub. Denn, Freunde, damit ist es geschafft. Die Ara-Flo-Saga ist vorbei. Viele Leute würden jetzt sagen, okay, traurig und so. Aber wo ein Ende ist, ist auch ein neuer Anfang. Und wir werden einfach genau... Und wir werden einfach genau... Oh, der Magazin, die Ara-Flo-Saga. Junge, ich hab alles weggeworfen. Ich hab einfach gar nichts mehr. Wie immer bei uns sein wird, Dr. Gadget. Dr. Gadget, Junge. Weißt du, was wir einfach machen werden, Flo? Werden den Leuten jetzt einfach sagen, wir hoffen, dass euch die Ara-Flo-Saga gefallen hat. Das waren Spellstorm, Fusionfall, Timerain und jetzt zu Gute, Alter, Let's Wonderwall. Ich muss euch sagen, das war natürlich nicht alles. Ich mein, innerhalb dieser Saga ist man halt auch an gewisse Grenzen gebunden. Und es wird eventuell eine neue Saga kommen. Also Leute, ein Ende. Es ist auf jeden Fall ein neuer Anfang. Vielleicht wird eine neue Saga kommen. Eventuell mit dem kleinen Lars oder so. Mal schauen. Genau, vielleicht. Mal gucken. Also, es stehen viele Wege offen. Was ich nochmal sagen möchte. Unbedingt. Auf beiden Kanälen vorbeischauen. Andere Projekte auschecken. Super wichtig. Ja, die Glocke aktivieren. Ja, bei Roman im Spaßkasten haben wir richtig viel Spaß. Genau, bei Flo, bei Flor, bei Flor, genau richtig. Und da müsst ihr auf jeden Fall auch vorbeischauen. Das sind jetzt unsere Main-Serien. Das sind auch zwei richtig geile Serien. Die sind so ähnlich wie die, wenn ihr die noch nicht kennt. Abonniert unbedingt Romans-Kanal, Manning-Kanal. Damit ihr einen Nachfolger nicht verpasst. Genau. Und was uns im Nachfolger für Abenteuer erwarten. Das wissen wir nicht. Und wir wissen auch noch nicht, wann es kommt. Okay, das heißt, nicht zu viel fragen. Einfach warten und sich überraschen lassen. Nicht verzagen. Und wir haben uns jetzt einfach gedacht, ja. Es ist vorbei. Wir brauchen Zeit. Und die nächste Saga wird dafür dann wieder noch besser und noch frischer. Das wird auch wieder ein komplett frischer Neuanfang. Genau. Ich denke nicht, dass das irgendwie an euch liegt oder an den Kommentaren. Es liegt größtenteils an uns. Und dass wir halt in dieser Saga innerhalb gewissen Grenzen arbeiten müssen. Und ja, wir wollen ja mal was Neues machen, ja. Und ich meine, die Saga war schon so cool. Die kann man nicht noch coole machen. Das ist... Und genau. Das würde ich nämlich auch sagen. Und deswegen, Flo, würde ich einfach mal sagen, springen wir da runter. Und sehen uns dann mal woanders. Ciao! Ciao!